Wir sind jetzt für We Are Changed Bern in Bern beim Bundeshaus. Mit vier Damen aus Basel, die eine Abschlussarbeit, die sie in ihrer Lehre gemacht haben, den Politikerinnen und Politiker wollen in Bern übergeben. Das Thema geht um Wettermanipulation, aber ich lasse es gerade Fatima von dieser Gruppe selber erklären, was diese Arbeit ist und wer sie selber sind, was sie genau für eine Ausbildung machen. Ich bin Fatima Baumgartner, wir kommen alle aus Basel und gehen in Münkenstein in die Schule und machen die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Das ist eine dreijährige Lehre. Zu der Lehrabschlussprüfung mussten wir eine Arbeit verfassen und die haben wir zusammen als Gruppe über Wettermanipulation verfasst. Wir haben uns einfach zusammengefunden, weil wir alle gesehen haben, dass es uns alle vier interessiert und wir das dann mit der Zeit bemerkt haben. Wir haben dann einfach gefunden, über das sollte man mal eine Arbeit schreiben, wir könnten etwas dagegen machen und nicht einfach nur still zuschauen. Wir haben uns dann eigentlich zusammengeschlossen und angefangen die Arbeit zu schreiben und zu recherchieren, Sachen nachweisen und Fakten auf den Tisch legen. In dieser Arbeit hat er unter anderem Wasserproben genommen von verschiedenen Orten in Basel. Mit der Begründung, er wollte feststellen, ob dort gewisse Stoffe wie Barium oder Aluminium drin sind, wo man vermutet, dass diese absichtlich verspreut werden könnten in der Atmosphäre. Was habt ihr da für Ergebnisse festgestellt? Wir haben festgestellt beim Regenwasserinstitut, wo wir gesehen haben, dass einige Messungen höher waren und einige weniger. Einmässig war ein Basel im Hegeheimquartier nach dem Platzregen, wo wir dann das Wasser, also das Graus, herausgestellt haben. Die Werten waren die höchsten von allen, unter anderem Aluminium und Barium, wie in anderen Messungen auch. Also wir sprechen hier von einem Messwert von 8 Mikrogramm pro Liter Barium und 14 Mikrogramm pro Liter Aluminium, was ihr nachweislich habt festgestellt in diesen Messungen. Fatima, könntest du uns bitte schnell noch etwas erklären? Er hat dann die Ergebnisse, also die Proben von einem Institut untersuchen lassen. Und wie ist das genau gegangen, der Ablauf, die Untersuchung bei diesem Institut? Also wir haben dort angefragt, ob es möglich wäre, dass wir auf die zwei Stoffe testen könnten. Sie haben dann auch gefragt, wieso die zwei Stoffe, das sei kein Standardverfahren. Und haben dann auch wie Grenzwerte ermitteln müssen, dass man zu sagen, es ist zu hoch oder zu niedrig. Und wir sind dann dort hingegangen als Schulklass für ein Schulprojekt und haben dann eben die Analyse durchführen. Und die haben uns klar gesagt, der Wert wird nicht nachweisbar sein. Also dass es 0,0 heisst, dass der Wert so klein ist, dass es gar nicht aufgeführt ist. Und schlussendlich sind es eben doch höhere Ergebnisse gewesen. Und aufgrund dessen haben sie uns dann nachher gesagt, sie wollen nicht, dass wir ihren Namen in der Vertiefungsarbeit nennen. Weil das keine anerkannte, ja, also es ist nicht eine angemeldete Laboranalyse gewesen, weil wir als Schulklass gekommen sind. Wir hätten auf Deutsch gesagt, wir mussten zahlen, dass wir das hätten nennen können. Ja. Und er konnte das sozusagen gratis durchführen, die Analyse. Genau. Und nachdem sie das Institut festgestellt hat, da hat es Wert drin, das sie nicht erwartet haben, haben sie gesagt, sie dürften den Namen nicht nennen von dem Institut. Genau. Und das ist wirklich ein schweizerisches anerkanntes Labor. Es ist nicht irgendein Labor, das man anschreiben kann für private Sachen. Das ist wirklich anerkannt, ja. Fatima, was denkst du, ihr habt jetzt die Ergebnisse vor euch. Was könnten diese beinhalten, was siehst du bei diesen Ergebnissen? Also, es ist einfach klar, dass wir in der Luft kein Aluminium und Barium haben sollten. Das sind anorganische Stoffe, die so nicht in unsere Umwelt gehören. Und dass sie dann auch noch mit dem Regen oben runterkommen, mit nachweisbaren Ergebnissen, das ist sicher nicht gut für unsere Umwelt, für uns, für unsere Körper. Und dieser Sache muss man jetzt einfach nachgehen. Ja, mit diesen kleinen Indizien, die wir jetzt ja auch gefunden haben, sollte man da jetzt vielleicht Sachen in den Weg legen, damit man das klarer analysieren kann. Ja. Ihr habt jetzt die Arbeit geschrieben. Ihr seid jetzt hier in Bern. Ihr geht dann ins Bundeshaus. Die verschiedenen Parlamentarierinnen und Parlamentarierinnen und Parlamentarierinnen werden die Kenntnisse bekommen von eurer Arbeit. Was erhoffert ihr von ihnen? Was sind eure Ziele? Was muss gemacht werden? Ich finde auf jeden Fall, nach dieser Arbeit, wo wir auch Fakten, Indizien aufzeigen können, liegt es an ihnen, dass sie auch etwas machen, dass sie uns als Volk ernst nehmen, weil wir uns auch damit beschäftigen. Und ich finde auf jeden Fall, dass sie jetzt auch Luftanalyse oder schünstige Sachen durchführen sollen, damit uns als Volk auch wirklich klar wird, wieso Aluminium und Barium in unserer Umwelt sind. Weil das ist normalerweise nicht so. Die Welt wird morgen, wie wir sie heute hinterlassen, wo Flüsse nicht mehr fließen und Bäume nicht mehr wachsen.